Hallo, zurück zu, äh, Menschen legen sich auf die Fresse-TV, so ungefähr als das Spiel ja auch. Wir haben übrigens heute auch noch Johnny dabei, der wollte... Hallo, 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 komm Vicky, wir gehen in die Runde schwimmen. Nein, ich will nicht mit dem schwimmen gehen. Doch, wir gehen in die Runde schwimmen. Nein! Wir gehen in die Runde schwimmen, komm, halt dich, halt dich an mir fest, Vicky, halt dich an mir fest. Dann, warte, du musst zuerst, du musst zuerst, du musst zuerst. Also Johnny, du erinnerst mich so ein klein bisschen an diese eine Mume aus Witcher. Mume? Kann sein. Ich bin wieder entfernt, da war ich doch schon. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Hallo. Ich bin offiziell, äh, ich dachte, ich wäre der beste Pirat aller Zeiten. Boot kennt das. Das ist das nicht los. Die haben das Boot umgeworfen, die Idioten. Was? Nein. ELE! Ja? Lass mein Gesicht los. Weil, äh, ich geh jetzt holen. Wie kommen wir ans Boot? Schön, würde ich mal verstanden behaupten, ne? Nein, das geht nicht. Ähm, wir haben das Spiel kaputt gemacht. Nein, 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 es war schon neu. Gibt's noch einen anderen Weg? Start mal neu. Helf dir, Ruhe. Wir benutzen den Fick als Boot. Ich starte mal neu. Ich starte mal neu. Na, starte mal. Ist das so gewollt, dass man das kaputt machen kann? So, Fricky, wir gehen jetzt für ein Fricky, komm. Nein, wir gehen nicht für ein Fricky, komm. Nein, wir gehen nicht für ein Fricky, komm. Warum nicht? Weil ich dir nicht traue. No, nein. Ah! Oh Gott, oh Gott, ah! Johnny! Johnny! Habe ich euch wirklich... Du machst mir alles kaputt! Du machst mir alles kaputt! Lass mich durch nicht mit Johnny spielen. Das war, glaube ich, wirklich keine so gute Idee, dir dazu zu holen. Ich glaube, einer sollte beide guter nehmen, oder? Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Ich glaube, das wäre sinnvoller. Cersei! Was? Okay. Ich chauffier mich. Ich chauffier mich. Ich liege mich hier immer so. Will keiner sonst noch mitkommen? Nein, nein. Lass los, Ela. Irgendwie so. Irgendwie glaube ich, Prick ist mit Cerseys Fähigkeiten nicht so ganz zufrieden. Ah, ihr kommt doch. Also aktuell kommen wir nicht allzu weit irgendwie auf die Methode. Wollt ihr vielleicht ein bisschen Stadthilfe, Jungs? Ich glaube, ich mach euch weniger ab. Schieb mal ein bisschen. Schieb mal ein bisschen. Schieb mal ein bisschen. Ich würd ja gern spielen, aber du lagst aus hier. Ich bleib ein bisschen am Land. Ich bleib ein bisschen am Land und komm nicht weiter. Ja, ich glaube nicht. Und jetzt? Ah! Was hast du denn du es denn gebrauchen? Wasser im Boot. Ich dachte, du ruderst mit beiden Rudern. So kommen wir doch niemals von der Sterne. Okay. Sag mal, wo ist eigentlich Skywalker? Was macht denn der? Ich klettere. Der macht doch nur Blödsinn, oder? Oh, Speicher. Oh, wir haben Checkpoints. Oh, wir haben Checkpoints. Land! Ich seh schon jetzt. Nein! Also was mit denen da los ist, weiß ich nicht. Ich geh jetzt einfach an Land und geh hier auf das Floß. Na los, kommt! Ich komme! Ui! Wo seid ihr alle? Wie genau kriegen wir das Ding jetzt? Was macht ihr? Weg von dir! Oh Gott! Oh Gott! Was richtet die Segel aus! Matrose! Wir brauchen den Wind! Ja, aber wo ist der Wind? Das ist die falsche Richtung! Andere Richtung, das Segel! Wir müssen hier lang! Wir müssen hier lang! Ehe! Nein, das ist auch falsch! Ja, komm, komm, ja! Lenk, 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 Lenk! Ja, gute Richtung! Das ist die falsche Richtung! Das ist die falsche Richtung! Nicht zurück! Nicht zurück! Aber wir haben einen Checkpoint erreicht! Ich glaube allerdings, du hörst sie! Ja! Was? Nicht! Ich glaube, ihr war alle so schwer, deswegen konnte ich die nicht nach vorne kommen! Ja! Mhm, mhm, mhm! Oh, neue Schiff! Mach die ruhig! Auf zum motorisierten Schiff! Ey, das mit dem Floß ist mir auch nicht mehr geheuer! Haaruck! 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 Was macht ihr denn da? Zieht irgendwie grad jeder in eine andere Richtung, oder was? Nein! Geht doch jetzt! Ja! Ja! Weil, äh, weil ich das Ding grad hochhebe, darum! Warum hast du das eben doch nicht hochgehoben! Haaruck! 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 Wo willst du hin mit dem Ding? Haaruck! Haaruck! Ich bin so mit einer Handel schwer! Ja, warum spielst du doch nur mit einer Hand? Weil ich in der anderen noch esse! Leute, ihr müsst noch ziehen! Da gibt's doch nicht mit einer Hand! Ja! 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 Ich geh aber nicht nach vorne, weil wir so noch nicht im Wasser sind! Ja, das ist... Das macht's nissig! Sie sind ge... Sie sind gefeuert! Ich kann mir noch mal eine Hand packen, wir müssen das Boot ins Wasser tragen! Wenn ihr da alle drauf sitzt, wird es nur noch schwerer! Nein! Stellen mag ich so an! Thomas Sky, du bist immer noch da an der Mauer beschäftigt! Ja! Bin ich! Kannst du mal helfen? Komm! Das muss ein interessanter Schieben sein! Ja! Das stimmt! Interessanter ist, was ob ihr macht auf jeden Fall! Ihr seid zu schwer! Stellen zu an! Ich schieb schon mit voller Kraft und das geht trotzdem nicht! Ja, ich kann das! Ich... Du Scheiße! Ich glaub das geht gleich! Oh! 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 Nein! Warte! Komm mal bitte kurz! Stopp mal kurz! Ich möchte aufsteigen, Herrgott! Aber stopp mal kurz! Herrgott! Hey, ist das? Ähm... Fall... Okay! Okay, ich hab's verkackt! Nein! Okay, ich komm zu euch! Ach! Jetzt erst! Die haben mich vergessen! Hallo! Wir haben niemanden vergessen! Was für ein Loser! Wir haben die wichtigen Personen mitgenommen! Ne, ihr habt nur euch beide mitgenommen! Kann Cersei und Eze zusammen überhaupt funktionieren? Ja! Ja! Gegen euch kann's funktionieren! Ja! 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 Johnny, lass mich los! Ich will schon wieder ein Schiff verpassen! Entscheide Schiff endlich! Es ist weg! Leute! Willkommen mit Hebeln! Hochweg! 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 Nicht runter! Ich ertrink! Ein Irrer hält mich nach unten! Ich bin nicht irre. Äh... Äh... Abfahrt! Hilfe! Der vergisst uns! Ja! Warum bist du an Bord? Ich bin an Bord! Nein, warte mal! Nein! Jetzt nach vorne! Nein, du musst weiter hinter! Du musst weiter hinter, ich muss nach vorne! Oh! Nach vorne, Susi! Ja, du, du, du! Warte, warte! Ich kann nicht! Du musst vorwärts! Passt doch so, Rotte! Sind die anderen schon da, oder? Nein, das passt schon! Einfach vorwärts fahren! Wir müssen einfach mit... Wir müssen einfach nach vorne laufen, Susi! Einfach... Der Pirat kommt hinterher! Einfach nach vorne fahren! Ich übernehme das Lenken! Kriegt Warte auf mich! Links rein! Oh, da muss ich aber hinter... Nicht du! So... Bleib du einfach vorne! Ich übernehme das Lenken! Hinterher! Ich bin drauf! Wir rammen! Wir rammen! Ja, das seh ich grad auch! Ah! Jetzt grad auch! Nein! Ja, ja, ja! Warte, warte, warte! Ah! Nein! Das war die falsche Richtung! Nein! Nein! Nach vorne! Nach vorne! Nach vorne! Attacke! Nach vorne, Johnny! Nach vorne, Johnny! Bei dir! Sag mal... Raun, die Maske ist scheit, oder gar nicht? Ich war's halbwegs! Ähm... Ich glaube, wir sind auf dem Sandback ausgelaufen! Johnny, mach die Mischung aus beiden! Okay! Ich mach halt! Mach mal so, mal so! Nein, nein, nein! Nein! Was machst du? Junge, jetzt soll's auch vorne! Wir kommen! Ene! Das ist wieder die falsche Richtung! Nein, Digga, nein! Johnny, was machst du? Sag mal, Ene! Was hast du denn? Du hast'n du die Kapitätsschule besucht? Das ist egal! Gar nicht! Ich dachte, du bist Pirat! Ja, da gibt's doch keine Schule für! Boah! Das ist die falsche Richtung! Ich glaube! Nein, nach vorne, Digga! Rückwärtsgang, rückwärtsgang, rückwärtsgang! Johnny, das ist doch im Ernst! Das ist doch ein Gescheid! Das ist schon nie ganz ehrlich! Das wird mir zu blöd! Ich spreche einfach von Bord und lass mich ertränken! Tutut! Oh Gott! Ich steuer! Ich habe einen Kranführerschein! Hast du? Ja, ja! Glaube ich nicht! Bei deinem Outfit vielleicht! Wir müssen jetzt ein Schiff bauen! Ah! Männer! Aufs Schiff! Und sorry Brick! Auch die Frauen! Was soll das denn heißen? Ich helfe dir! Komm! Erst vergessen sie mich, dann... Sondern sie mich hier quasi irgendwie... Einmal bitte anhängen, Jungs! Ich versuch's! Bin dabei! Ich will den Haken greifen! Nicht das... Seil da dran! Ich gehe wieder auf dem Weg! Oh doch! Ja! Ähm... Haken 1 zu... Ich glaube ich habe da irgendwas falsch gemacht! Gibt das nicht! So! Männchen! 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 Einer ist dran! Zwei sind dran! Acht ist gut genug! Oh Gott! Wenigstens einer der Ahnung von dem Zeug hat! Äh... Ich habe eh ne Satics angehakt! Ich bin eher Kapitän! Ich bin eher Kapitän! Nerse Kapitän! Hier! Du bist Kapitän! Ich bin dann eher der... Ja! Drin? Nicht ganz, ist drin! Ah, mach an! So, halb drin! Komm! Deine Haken noch! Ich krieg den da nicht rein! Ja, das ist dieser... That's what's he said, what? Was? Hier! So, ich hab's fast! Ich hab's fast! Ich hab's fast! Ah! Jetzt! Das war ja mal voll daneben! Warte, hier ist noch einer! Oh nee! Jetzt hast du den Einhaken wieder raus! So! Okay! Moment, ich geb mal ein bisschen Spannung! Nein, geh ein bisschen runter! Ein bisschen runter! Ein bisschen runter! Weiter runter geht's nicht! Reicht doch mit drei Haken? Nein! Es muss sichere Ladung sein! So, jetzt noch eine sichere Ladung! Oh, oh, oh! Okay! Oh, oh, oh! Nein! Jeder haltet sich ja bitte an einer Kette fest! Kannst du nicht mal? Doch! Und Achtung! Wie der sich einfach auf Container fest hat. Woah! Scheiße! Abort, abort, abort! Abort, abort! Und hoch! Wie wäre das eine sichere Ladung? Ich hab ne Idee uns, ich hab ne Idee uns. Warte mal, runter, runter, runter. Lassen wir den Container einfach hier und machen das nur mit uns. Ne, machen den hier, machen den hier. Komm noch ein bisschen runter, noch ein bisschen runter. Warte. Mir interessiert schon der Container. Ich sag den runter. Haha! Für was brauchen wir denn eigentlich? Ich hab Kontakt, ich hab schon ein Rännchen. Brauchen wir denn überhaupt den Container? Wofür sonst gibt es hier so ein großes Spielplatz? Das reibe ich auch. Los geht's! Was macht ihr? Jeder nimmt einen Haken und hält sie am Container fest. Ja, eben. Das könnte funktionieren. Ne, das machen wir so. Das funktioniert auch so. Perfekt. Ihr nehmt einen Haken und hält sie am Container fest. Ja, du bist beim Haken. Ich hab versehe ich zwei Haken gegriffen. Hier noch ein Container. Und los. Was? Hat ihr da nen Container? Ja. Huch! Yes! Nein! Das ist wie Captain America, wo er so den Helikopter so gehalten hat. Genau. So, wo muss man hin? Das sagst du, das weißt du jetzt noch nicht? Leute, Leute, ich rutsch ab, ich rutsch ab. Nein, du musst doch nicht. Nein, du musst doch nicht. Ah! Scheiße. Ah! Ach Gott. Ist das egal? Egal! Hauptsache ich halte. Hab geht halt nicht weiter hoch! Oh. Ah! Das bedeutet, wir müssen das irgendwie anhängen bekommen. Anhängen bekommen? Warte, Ele, warte, Ele, ich bring dir zwei Haken rüber. Äh! Die sind ja mal ein bisschen feiert, ne? So, zumindest. Ich komm mit, Ele. Hui! So, wir haben jeweils einen. So, jetzt bitte einmal anhängen diese Haken. Warte, ich mach was an. Ich glaub, wir haben da irgendwas falsch gemacht. Guckt man da auch so? Nee, oder? Könnt ihr da bitte jetzt mal die Haken alle? Äh, wir haben ein Problem. Wir hängen fest. Der Container hängt schief. Was ist noch die Aufgabe? Johnny, wir hängen ineinander. Soll ich den Kontroll... Soll ich vom Kontrollpunkt nochmal neu starten? Dann können wir... Nee, warte, ich möchte was versuchen. Okay. Wenn ich da rauf schwingen könnte. Hallo, Brick. Hallo. Das Problem ist, der Container ist im Weg. Wo ist denn eigentlich das Ziel für den Container? Ähm... Skywalker? Skywalker? Nein! Ich hätt's was geschafft! Johnny! Nein! Der ist möglich sicher... Brick, alle bitte einmal zurück. Einmal bitte alle auf... Hey, kurze Frage... Jeder hängt sich an einen Haken und ich bring euch rüber auf diesen Steg. Ja, komm runter! Genau! Das ist... Das hatte ich doch voll die ganze Zeit schon vorgeschlagen. Wir müssen die ganze Zeit schon vorgeschlagen. Ähm... Warum bewegt sich das... Das Boot? Wie soll bitte da rankommen? Mach runter, fahr jetzt runter. Wöp! Runter! Wöp! Moment! Nicht den Boot angreifen! Ach, runter! Runter! Meiner! Meint weg! Äh! Johnny am Haken! Nicht an mir! Johnny am Haken! Hoch! Nein! Da fehlen noch zwei! Brick fehlt immer! Halt die Fenster! Der ist nie betruten da! Die Brick einfach so richtig... Lebt auf die Welt läuft! Brick, hängst du! Ja! Gut! Ganz easy an einer Hand! Entschuldig! Okay! So, ihr seid jetzt meine Haken! Keine Geiseln! Und wohin jetzt? Geh weg doch, Ele! Was machst du denn? Der fährt uns doch ganz entspannt da hinten! Ja und jetzt? Äh... Wo willst du denn? Das war zu weit! Das war zu weit! Ja! Das hast du gut erkannt! Ihr sagt, Ele geht doch weg! Gar nicht mal! Ich versuch's dann! Lass mich es allein schwingen! Der Ele! Na, Fick! Na, Fick! Wie geht's dir so, hm? Das hört sich irgendwie nicht stabil an, ne? Ah, das passt schon! Yes! Hab's geschafft! So! Oh, easy! Ah! Als ihr abgeholt werden wollt, dann sagt's einfach! So! Und wohin jetzt? Oh, ist er gespeichert! Äh... Ab ins Wasser mit mir! Hilfe! Okay! Und jetzt? Ja, dann müssen wir noch hochgehen! Ja, dann müssen wir noch hochgehen! So! Ja! Ja! Ich sehe jetzt was... Hier ist die Kiste! Ah! 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 Schau mal, wie stark ich bin! Ah! Sessi, ich komm! Jo, komm! Hyrurgisch auf Atemübungen! Ich lass mal hier entlang müssen! Ich könnte die Kiste einfach mal vielleicht betreiben lassen, so, und konstruktiv welchen und so! Äh, das muss man nicht! Äh! Scheiße, mein Kopf ist drin! Keine von diesen Kisten hier! Mein Kopf ist drin! Scheiße! Nein! Hallo! 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 Oh, noch mehr Kistis. Du kommst jetzt noch mal so hoch, aber dann ist mein Kopf das checkt mit ihm. Ja, damit man höher kommt. Muss man aber dahin? Das sind so abkürzungen immer. Ey, lass nur eine Treppe bauen. Warum eine Treppe, ey? Oho, Digga. Äh. Kein Wacker? Nein, nein. Nein. Nein, Wacker. Nein. Nein, nein. Ja, eh, 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 gut, eh. Nein. WTF, die Physik sind immer so komisch. Die Physik sind immer so komisch. Ja, was erwartest du hier? Hi, Jens. Hey, 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 warte auf mich! Warte auf mich! Johnny, warte! Johnny, du Idiot, wieso wartest du nicht? Äh, jetzt haben wir es wieder verkackt. Wirklich? Ja. Weil unser Boot weg ist. Das Boot ist jetzt rot. Ja. Oh, schön. Ah, das Boot. Ich glaube, wir müssen das Gleiche aufsteigen. Wir müssen... Juhu! Juhu! Mach dich, los! Mach dich fest, mach dich fest, los! Wo denn? Am Boot! Ah! Am Boot! Los! Mach dich! Mach dich! Mach dich! Hi, Süßer! Komm! Was machst du? Ach, so ein langer Tag, ne? Nach so einem langen Tag kann man sich auch mal ausruhen, ne? Ja, und dann fällst du ein bisschen Bahnen, ne? Tschüss, ihr Loser! Yes, you're never! Das ist gemein! Du machst auch nur Scheiße, ne? Ich? Ja! Ich mach nur halb Scheiße! Sissi, brauchst du vielleicht Hilfe? Oh, du bist Zeug! Nein! Nein! Okay! Hey, Macarena! Nee, fern wir ab! Hey, Macarena! Leute! Was ist denn das? Fuck! Au! Äh! Äh, was machen wir jetzt? Ich muss vorhin wieder, du musst uns warten! Ich hab extra mir... Ich bin wirklich... Ich bin wirklich verkackt! Nein, es respond wieder, du musst uns fragen! Fällgrat runter! Und drei, zwei, eins! Was hab ich gemacht? Was hab ich gesagt? Danke! Schaut auf diesen Arsch! Welchen? Johnny, hör auf rumzurüpfen! Was machst du, Johnny? Ich navigiere! Tust du nicht! Sarah! Wenn du da vorne gehst, wirst du schon! Na, warum wuff ich ja... Da vorne... Ach, du Johnny, du lässt jetzt noch alle sterben! Nein, es hat uns gerade alle gerettet! Hast du nicht! Wie denn? Du schiffst, du hübsch machst das! Wie ist gut? Hui! Runter mit dem! Hallo, 616 Jungs! Ich hab alles Platz! Nein! Fuck ja, wir haben verstanden! Nein! Und doch wieder! Ja, wenn keiner von euch die ganzen rumtrollen würde, könnten wir das easy schaffen! Ich versuche nicht rumzutrollen, ich versuch's zu schaffen! Ah ja! Ich muss aufs Boot warten! Mhm! Ich mach das mal! Eine muss nur da drüber! Wo rüber? Da drüber! Ja, ich bin unterwegs! Perfekt! Was ist da drin in dem Loch? Eigentlich nix! Oder alles! Scheiße! Ist aber keine da! Naja! Hasta la vista! Ehle! Wir sterben zusammen! Ja, irgendwie ja nicht! Wir sterben vereins! Los! Kommen wir nicht weiter, oder? Ehle, wir sterben vereins! Nee! Vereins! Zusammen! Los, Ehle! Steh aber mit mir! Los! Puh, ein Puzzle! Wir sterben nicht! Stimmt! Wir erschlagen uns mit riesigen Puzzles! Au! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hört mal meine Waffe! Nein! Meine Waffe! Nein! Nein! Ach ja! Wir müssen das Brut wegkriegen! Erst auf! Erst auf! Erst auf! Erst auf! Erst auf! Deine Waffe! Nein! Nein! Ich schicke dir doch noch! Danke! Ua! Ich hab dich rüber geworfen! Nun hilf mir, Kamerad! Scheiße! Nein! Brick! Was machst du eigentlich? Was machst du eigentlich grad? Ich war grad AFK! Aha! Er hat das Brut eigentlich kaputt gemacht! Ich war überhaupt gerade! Weiter! Ja! 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 Geht's noch? So! Kannst ja sehen, was wir gemacht haben im Stream dann! Ja toll! Er überschne! No! Ja! Ja! Du bingst! Ja! 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 Nei! Ja, das klappt auch immer nicht.